Hey Leute, ich bin's die Anna vom Gorilla und ich war heute im Supermarkt und habe einen riesen Berg Plastik mit heimgebracht. Ich habe manchmal das Gefühl, ich kaufe mehr Plastik als Essen und damit reicht es mir jetzt. Und zwar richtig. Wir suchen uns jetzt eine coole Alternative. Kommt mit! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ihr habt jetzt meinen ersten Eindruck vom Unverpacktladen und wie ihr seht, ich habe null Verpackungsmüll. Ja, es ist ein bisschen zeitaufwendiger und erfordert Planung, aber ich finde es ein super schönes Einkaufserlebnis und mein Pro-Tipp, immer einen Beutel dabei haben. Auf den ersten Blick mag es jetzt auch ein bisschen teurer erscheinen, aber es ist bio und regional, das heißt eine super Qualität. Ich kann die Mengen selbst bestimmen und schmeiß so am Ende weniger weg. Inzwischen gibt es in vielen Städten Unverpacktläden, also schaut einfach mal nach und probiert es aus, denn jeder Schritt zählt und auch du kannst was verändern.